Und da machen alle mit. Deswegen können wir alle nach vorne gehen. Alle, alle, alle. Wir spielen jetzt eine Szene. Da brauche ich von euch noch mal einen Ort. Vielleicht einen Ort, in dem man häufig kommt und geht. Aufzug ist doch super. Toilette ist auch. Wir machen gleich eine Pause. Erstmal spielen wir die Szene im Aufzug. Aufzug ist die Szene. Ich hole mal hier meinen Buzzer. Mein Staubsauger. Die Szene spielt im Fahrstuhl. Ich würde sagen, Max und Tané, ihr beginnt diese Szene. Ihr dürft nur in Fragen sprechen. Wenn einer von euch einen Fehler macht, oder zu lange überlegen muss, dann buzzer ich denjenigen raus. Dann springt der Nächste ein. Es ist eine Szene, wo wir alle mitmachen werden. Vielleicht seid ihr so gut, dass ihr 10 Minuten durchspielen. Sprekt euch einfach mal an. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Mit Fragen über Fragen. Du stehst schon drin. Du stehst schon drin. Dürfte ich mitfahren? Fahren Sie auch in den zweiten? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Nein, ehrlich. Fuck schon. Fahre ich in den zweiten? Fahre ich in den zweiten? Zweiter Stock. Fahren Sie mit in den dritten? Geht's Ihnen gut? Haben Sie gerade gefurzt? Gucken Sie mal da oben. Gucken Sie mal da oben. Finden Sie es auch so wahnsinnig schwül hier drin? Haben Sie auch Atemnot? Ist hier Licht an? Ja. Kann ich Ihre Schuhe haben? Sind Sie verrückt? Denken Sie, dass ich verrückt bin? Wer sind Sie eigentlich? Das frage ich Sie. Wie viele ist heute? Das frage ich Sie, war falsch. Sorry, ich war jetzt auf der langen Leitung gestanden. Das war keine Frage. Wann meinen Sie denn? Wurde Ihnen auch gerade der Job gekündigt? Wie oft wurde Ihnen denn schon der Job gekündigt? Sehen Sie mal jetzt schon. Scheiße. Wie geht's? Wann sind wir denn endlich im zehnten Stock? Haben Sie die Uhrzeit? Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Woher soll ich das wissen? Was? Mähp! Nein, das ist eine Frage! Mähp! Wohnen Sie auch in diesem Haus? Kennen wir uns? Darf ich Sie was fragen? Wie heißen Sie? Wollen Sie mit mir ausgehen? Wollen Sie mich fertig machen? Haben Sie was vor? Haben Sie mich falsch verstanden? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sind wir vielleicht auf dem falschen Fuß aufgestanden? Sind wir eventuell verwandt oder was? Schwesterherz? Bruderherz? Vater! Danke schön! Das waren Fragen über Fragen! Sehr viele Fragen! Sehr viele Fragen! Vielen Dank!